Guten Tag. Ich hätte gerne so einen grossen Brezel. Das ist alles, danke. Besten Dank, einen schönen Tag. Das ist eine wunderbar herzige Bäckerei. Hier haben wir Oberdorf, gerade um die Ecke von Zürich-Belwey, wo wir auch unser Büro haben, unsere Agentur. Ein klein, fein, wie ganz viele Betriebe generell im Land sind. Wir sind ja ein Land von KMU-Betrieb. Und was bei der Bäckerei ist, das ist vielleicht auch bei Ihnen im Betrieb, Sie haben verschiedene Ansprechgruppen. Schon nur Zielgruppen, die, die so ein Brezel kaufen, sind verschiedene Menschen. Es braucht aber auch Lieferanten, Behörden, Branchenverbände. Es gibt also verschiedene Stakeholder und die sind ganz wichtig zu bewirtschaften, wenn plötzlich die Krise eintritt. Darum müssen Sie sich gut überlegen, welche Person bei Ihnen im Betrieb, auch Sie selber, wer zu welchem Stakeholder geht. Also bei uns lernen Sie beim Krisenkommunikationstraining nicht nur, wie Sie sich vor der Kamera gut präsentieren, sondern eben auch auf den Abläufen, wer überhaupt wo kommuniziert, bis es ganz viele Menschen gibt. Alles bei uns. Maske geschneidert. Auf Deutsch, Englisch, Französisch, was Sie lust haben.